Der Zischkeles. Er ist 3004 Meter hoch und im Winter eine beliebte Skitour. Im Sommer ist vergleichsweise wenig los. Gestartet wird in Praxma am großen Parkplatz direkt in Richtung Süden auf die Almen zu Pferden und Kühen. Der große Wiesenbuckel führt direkt zur Schäfalm, von der aus wir nach links weiter auf den Oberstkogel zusteuern. Der Weg ist stets sehr gut markiert und man findet sich immer gut zurecht. Am Weg quert man immer wieder Bäche, die gerade im Frühsommer sehr reißend und tief und zu einem richtigen Hindernisparcours werden können. Ungefähr 1375 Höhenmeter gilt es zu überwinden und das aufgeteilt auf eine Strecke von 5,5 Kilometern. Damit ist der Konditionsanspruch recht moderat und die Tour mit etwas Training definitiv machbar. Wir gehen Richtung Südosten ein Stück am Aufbau des Oberstkogels vorbei und haben immer wieder einen guten Blick auf die hohe Villerspitze und den Lüserner Fernerkogel. An einer Stelle müssen wir uns dann entscheiden, ob wir links auf den Weg Nummer 32 den Oberstkogel umgehen oder nach rechts auf dem Weg 32a zuerst unschwer auf den Oberstkogel steigen und danach in etwas ausgesetzter Gratkletterei und ohne Trittspuren den Oberstkogel überschreiten und erst dann auf den Weg zum Zischgeläs gelangen. Übrigens für den Abstieg hat man mehrere Möglichkeiten. Entweder man möchte wieder über den Aufstiegsweg zurück oder man geht über die Umgehung des Oberstkogels nach Praxma zurück. Eine ganz andere Variante wäre der Weg nach Norden ins Satteljoch, der einem den Blick auf den Oberstkogel von der anderen Seite aus zeigt. Am Ende führen aber alle Wege eigentlich wieder zurück nach Praxma zum Parkplatz. Wir entscheiden uns für die Überschreitung und erreichen nach einer kurzen steileren Passage zu den Gipfel auf 2767 Metern. Ab hier wird es etwas anstrengend. Der Fels ist hier oft brüchig und die Orientierung einem selbst überlassen. Immer wieder muss man genau überlegen, wo man hin will und wie man da hinkommt. Hier sollte man etwas Erfahrung und Orientierung mitbringen, um nicht unabsichtlich in gefährliches Gelände zu geraten. Der Grat ist durchaus auch mal luftig und sollte nur bei absoluter Trittsicherheit und Schwindelfreiheit begangen werden. Abgesehen von brüchigem Gestein kann man aber hier eine tolle Aussicht und einen coolen Grat kombinieren, der auch im Rückblick wirklich interessant aussieht. Nach dem Grat mit der Schwierigkeit 1 plus bewertet, geht es über Blockgelände zum Weg Nummer 32 zurück und weiter auf den Zischgeläs, der die gesamte Zeit vor uns thront. Dabei steigen wir ohne weitere Umwege auf direktem Weg wieder sehr gut markiert immer höher, bis wir über eine letzte versicherte Stelle den wunderschönen Gipfel erreichen. Wenn dir der Tourguide gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und ein Abo auf dem Kanal, damit du in Zukunft keine Tourguides oder Tests mehr verpassen kannst. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir noch eine schöne Zeit und Bergheil!